In den Waren, die Kreisungloch, die Altersmitgliedsrichtung, die Brust für die Liedsrichtung, die Deutsch-Kund-Gesel, PSV! Wir sind in unserem Haus, unser IK Bayern, der präsentiert uns die Mannschaftsabstellung des TSV, 1860 München. Die habe ich natürlich aus der Kapite von unserem Chef-Trainer, das ist Michael! Wir spielen heute gegen Oldenburg natürlich im Tor mit der EIS, unser Knoll ist Marco! Müller! Münder 4 heute in Jezma! Ja! 60 München mit der 6 mit TÜM! Schien aus! Unser Kapital mit der Sieger ist natürlich Steffa! Sech! Münder 8 heute in Erdich! Kali! Die 9 bei 60 München, Allmion! Sech, Sech! Und wir sehen heute Martin! Und wir sehen heute Martin! Mit der 14 heute von Beginner Merlis! Mehr heute! Unsere 20 ist natürlich Janik! Freistraut! Mit der 36 Philipp! Freistraut! Und mit der 39 von Beginner an Leandro! Vor Gott! Der Satzspieler heute für das Tor, die 40, Tom Kretschmer mit der 3, Niki Lang, die 5, Quiri Moll, 13, Alex Freitag! Mit der 17 zurück im Kader, Daniel Wein, die 19 für den Langenkörper! Der ist so wunderschön, ein paar seine 20, die 6 bei 40, Am 1,2, 3, 2, 2, 1,2, 3, 2, 1! Den Herrn, der 1,2, 1,3, 3, 1,3, 2, 3, 1,4, 1! Den Herrn, der 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 2, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,5, 1,5, 1,4, 1.5.